Da sind wir wieder, liebe Leute, bei Mario Kart Tour für den Android, also für das Smartphone. Wir haben jetzt beim letzten Mal den ersten Cup abgeschlossen, den Tour Saison New York Mario Cup. Und hier ist der nächste, der Tour Saison New York Donkey Kong Cup. Mit dem Dino Dino Dschungel geht es los und wir machen auch hier wieder zuerst die 50 CCM. Aber wir, ja wir nehmen diesmal den Shy Guy. Und da nehmen wir das und dann machen wir das so und dann lassen wir uns mal so richtig losfahren hier. Bin ich hier ehrlich gesagt mal richtig neugierig. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt richtig geil aktuell. Ja es macht Spaß und den kennen wir hier aus dem Gamecube müsste das sein. Ja es steht ja auch davor Gamecube ne. Ja Tro wenn du lesen könntest wärst du klar im Vorteil. So und Turbo. Ja miau 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 miau. So. Oh klar. Bäm. Aber nice, dass man noch sieht, wer einen den roten Panzer gegeben hat. Das finde ich auch schon mal schön. Das war ja früher nie wirklich erkennbar. Man konnte immer nur mutmaßen. Nein, 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 nein. Oh, aber ja. Der hat eine super Gruppe. Ja. Ja. Das wäre jetzt beinahe in die Hose gegangen. So, wir driften hier schön. Ja, aber bisher machen wir uns gar nicht so schlecht. Dach ist jetzt nur die. In die Turbo. Oh. Komm, driften. Gucken wir mal nach hinten. Da ist niemand. Oh. Sieht eigentlich alles relativ gut aus. Oh, danke, Dino. Was für ein lieber Dino. Und Münzen werden sofort umgewandelt. Gehen natürlich umso besser. Und wir haben die erste Strecke geschafft. Und das sogar wieder mit Abstand. Man kann es ja oben auf der Karte sehen. 4.216 Punkte. Das ist doch auch mal wieder eine super ordentliche Leistung. Und unser Level steigt damit auch. Oder unser Rang. Leistung hier wurde auch verbessert. Finde ich auch super. 5 Sterne. 18 Münzen. Geht schon. Und wir kriegen den nächsten Cup freigeschalten. Und das ist Toad's Pistol. Auch hier. Ein Item. Drei Items pro Box. Okay. Serienboni. Na, geil. Also hier hat auch noch jeder Charakter auf jeder Strecke noch andere Eigenschaften. Was ich natürlich sofort begrüße. Ich hoffe übrigens euch hat der erste Part gefallen. Und ähm. Äh. 3DS. Genau. Euch hat der erste Part gefallen. Und ihr habt da auch entsprechend einen Kommentar da gelassen. Gerade hier wegen Toadette hat jeder Toadette bekommen. Oder bin ich der Einzige? So schnell ist mein erster. Gibt es noch den Super Drift? Nein, ne? Wahrscheinlich wieder noch 150. So. Oh, cool. Es wird sogar angezeigt, wen ich erwischt habe mit der Banane. Das ist ja auch geil. Na, komm. Schöner Drift. Marit. Nein. Nach hinten wollte ich eigentlich. Ah. Naja. Egal. Komm. Ich wollte eigentlich alle Münzen haben. Ah gut. Da verzichten wir mal auf die Münzen. Doch. Es gibt den Super Boost noch. Und hat da jemand anscheinend drei Panzer? Oh nein. Nur ein Item. Aber interessant ist auch, dass man gleich gegen den Computer antritt. Nein. Nein, ich bin über meine eigene Banane gefahren. Aber okay, gut. Erster. Das ist wichtig. Erster ist wichtig. Damit kann ich leben. Damit kann ich arbeiten. So geht das voran. Und wir haben schon 50% von unserem richtigen Level erreicht. Wow. Okay. So, dann mal weiter. Gerne. Weiter geht es mit der nächsten Tour. Nämlich Gebirgsfahrt. Oh. Da haben wir gar keinen Boni. Dann nehmen wir trotzdem Toadette. Nehmen das Fahrzeug hier und nehmen den Gleiter da. Und weiter geht es mit der nächsten Strecke. Der 3DS Gebirgsfahrt. Viele Geheimnisse er ja verbirgt. Ich möchte ihn im Dunkeln. Ich dachte gerade, irgendwie der Bildschirm wäre aus. Wow. Das war jetzt gerade einmal alle erwischt. Die Frage ist, sind das wirklich alles echte Spiele oder sind das nur deren Zeiten? Die Frage konnte ich bis jetzt noch nicht beantworten. Oh, das Gleiten ist hier sehr interessant gestaltet. Aber auch schön gemacht. Angenehm. Da konnte man jetzt mal wirklich das in Hülle und Fülle genießen. Ja, so muss das. Ach, ist das schön, Leute. Ist das schön. Einfach mal nach hinten ballern. Es zeigt einfach wirklich, dass Nintendo auch bei... Oh. Ernsthaft. Warum kriege ich denn jetzt eine Blue Shell ab? Ach so, ich bin erster, ne? Stimmt, da war ja was. Auch die Blue Shell haben sie hier wieder mit eingebunden. Finde ich natürlich sehr toll von Nintendo. Da sind sie mal sehr kollegial zu einem. Und wir landen mal schneller. Und gleiten nochmal runter und wir landen. Lüften hier schön rechts um die Kurve. Sprung Turbo. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Und wir sind erster. So mag ich das doch. So mag ich das komplett. So finde ich das doch super. Dann mal weiter hier. Leistungen. Komm, 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 komm. Sterne und 16 Münzen. Ja, mit den Münzen, das kann ein bisschen dauern. Und wir kommen zum letzten. Tore, Tingelei. Sind vorgegeben, die Fahrer. Das ist mir wohl bewusst. Man muss nicht immer ab durch die Mitte. Na, was? Ich fahre fünf Tore. Okay. So, ich fahre fünf Tore. Oh. Okay. Okay. Ein Tore habe ich verpasst. Nein. Oh, ich habe ein paar mehr verpasst. 24, ich denke mal, von 26 oder so. Oh, da bin ich ja jetzt aber nicht gerade so. Oh, ganz knapp. Boah, nee. Darf ich das nochmal fahren? Das will ich aber nochmal fahren, oder? Ja, Cup abgeschlossen. Ich bekomme wieder. Ich weiß nicht, so welchen Cup erfolgreich ich abgeschlossen habe. Muss ich wahrscheinlich den hier komplett abschließen, ne? Das ist da. Oh. Na komm 27, das heißt ich hatte 3 Stück verpasst, liebe Leute 3 Stück Das ist jetzt kein Witz Neuer Rekord Wunderbar, damit haben wir 1 Stern nochmal zusätzlich erhalten Trotzdem bekommen wir dafür keine Diamanten Nun gut, egal Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Cup und ich bin euer Trufaut rein Tschö tschö